und willkommen zurück zu einer neuen folge uncharted 4 so die wilde schießerei ist endlich vorbei und jetzt würde ich sagen gehen wir durch die tür durch ok dann los bereit Oh, gleich noch ein Gerippe. Der Verräter Two weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Two und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Danke. Okay, das ist jetzt das, was sie gerade schon vorgelesen hatte. Finden wir diesen Gang. Schauen Sie mal ein bisschen um. Vielleicht oben. Treppe hoch. Mugulgeschö. Mugulgeschö. Okay, wo geht's jetzt hier weiter? Okay. 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 Hier vielleicht an einem Kamin oder was ist das hier? Irgendwo muss hier ein versteckter Gang sein. Aber wo? Ah, was ist das hier? Das sieht schon nach Kletterpunkten hier irgendwie aus. Aber, schauen wir hier, schauen wir ein bisschen weiter um. Sam's Feuerzeug. Hat er es verloren? Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Okay. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Vielleicht ist das ein Schalter. Nein. Ich frage mich. Nein. Nope. Nate. Ja, was gefunden? Ich glaube schon. Okay. Schauen wir uns die Arbeit schon abgenommen haben. Schauen wir uns jedenfalls wieder runter. Ja. Hier ist ein blutiger Federabbruch, wo Lieber Thalia sein müsste und ich habe... draufgedrückt. Sehr schön. Im Brief stand, dass Avery seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja. Glaubst du, der Schatz... Ich glaube... Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Dann mal los. Vorsichtig. Hey, Bücken. Ja. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt? Ach, Mist. Kapitel 19, Averys Abstieg. Das ist zu, okay. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Oh, bitte nicht wieder. Mist. Okay. Was war das denn? Ich wette eine Dienstleute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Oh, oh. Hast du Ersatzbatterien? Ja, ja. Aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frage nicht. Besser so. Na? Warum macht das denn nicht? Na bitte. Oh, oh. Warte. Eine Art Todesfall? Äh, ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Okay. Okay, ich will sagen, den Fußspuren folgen. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Geh einfach nicht, wo keine Fußstaben sind. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Und entspannen. Sie da? Okay. Elena ist auch da. Sehr gut. Elena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter ihnen eingestürzt. Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Komm, zieh. Na ja, toll. Verdammt. Da kommen wir nicht durch. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo klettern. Oh nein. Nur ein bisschen länger. Mist. Oh, die sind nervig jetzt. Na los. Verdammt. Ich seh gar nix. Die werden auch nicht lange helfen. Na bitte. Na super. Oh, sorry. Moment. Hallo? Hier drüben. Ich sehe gar nix, Leute. Ah, okay. Dann gib mir mal eine. Ich sehe gar nix, Leute. Du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm. Suchen wir einen Weg. Romantische Beleuchtung, was? Ja, hier geht es ja bloß wieder raus. Allerdings. Hier geht es nicht weiter. Kann man hier irgendwie klettern? Wie ist das? Wie ist das? Dann muss ich doch hier zurück. Wow. Da lang, oder was? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich glaube, wir müssen hier zurück. Ja, komm. Okay, los geht's. Okay, und jetzt du. Jetzt brennen sie nicht an. Okay, danke. Vorsicht, Kopf. Nee, wirklich? Ja. Hier geht's nicht lang. Ich gehe mal hier weiter. Vorsicht. Ich glaube, darüber kommen wir nicht, oder? Okay. Gehen wir lieber weiter. Raus hier. Sackgasse. Sieh mal. Boah. 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 Okay. Ja, ich glaube schon. Was war das? Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Mist. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch da rausgetreten. Gut. Pass auf mich auf. Mist. Bist du okay? Ach. So weit, so gut. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Ja. Also. Mist. Also fallen wir spät hier. Gespickt. Bist du okay? Bist du okay? Bist du okay? Ja. Naja. Jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja. Kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Okay. Eine Sackgasse. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Ist das wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Oh. Okay. Gehen wir hier hoch. Verdammt. Diese Kammer hat Avery aufdekoriert. Mehr menschliche Mobiles. Shit. Noch mehr selbst. Verdammt. Ja, Wahnsinn. Geht's dir gut? Ja, aber. Da kommen wir nicht mehr lang. Okay, der Gang ist auch zu. Okay, das hört sich ja Ratten an. Toll. Ich explodiere noch. Aber Fliedermäuse. Einfach auf. Fliedermäuschen. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Oh Gott. Was hab ich gesagt? Sehr explosiv hier. Mann, Mann, Mann. Dann kommt ihr auf. Verdammt. Wuhu. Wuhu. Und was geht. Whuah. Okay, Leute. Wie es denn weitergeht in der nächsten Folge. Gut. Bleibt dran. Dann verpasst ihr auch nichts. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, Daumen nach oben oder auch ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.